Sie sind hier, 21. Juli 2018, 23.54 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Christina Schwanitz gewann am Freitag ihren 6. deutschen Meistertitel Urheberrecht, Getty Images, Glück im Unglück für Christina Schwanitz. Auf der Fahrt zu einem TV-Termin verunglückt sie mit dem Auto. Die Kugelstoßerin darf das Krankenhaus wieder verlassen. Kugelstoß-Europameisterin Christina Schwanitz ist am Samstag auf dem Weg zum aktuellen Sportstudio des ZDF in einen Autounfall verwickelt worden, ich hatte mit ihr Kontakt. Sie war im Krankenhaus, konnte es aber inzwischen wieder verlassen, sagte Heim- und Bundestrainer Sven Lang. Schwanitz hatte sich am Freitag in Nürnberg mit 20,06 Metern ihren 6. deutschen Meistertitel gesichert. Erstmals stieß sie dabei seit der Geburt ihrer Zwillinge im vergangenen Jahr und der eranschließenden Babypause über 20 Meter. Die deutschen Meisterschaften sind die Generalprobe für die Heim-EM in Berlin, 6. bis 12. August. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020